Hallo liebe Freunde im Internet. Hallo Leute aus Hamburg. Das ist mein Kollege Joel. Das ist Tom Klose. Wir spielen am 14.12. unser Jahresabschlusskonzert im Nordspeicher. Wir möchten gerne, dass ihr da hinkommt. Das wäre voll nice. Ja, das wäre auch mein letztes Konzert in Hamburg für drei Monate. Echt jetzt? Das lustig gerade. Ich fahr nach Australien. Scheiße. Ey, er fährt nach Australien. Also Leute. Kommt vorbei. Wir spielen unter anderem diesen Song, der nicht von uns ist. Das muss man klarstellen. Okay. Ready? One, two, three. Das mag ich mitmachen. Das mag ich. Das mag ich mitmachen. Wohl, ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020